Ja hallo und herzlich willkommen zur letzten Etappe des Päckchensammels bei Let's Walk Food GTA 3. Wir starten in unserem Versteck in Shoreside Whale und bewegen uns dann zu Land bis zum Dodo auf dem Flughafen. Das werde ich Off-Air machen, diese Strecke. Dann am Flughafen nehmen wir den Dodo und fliegen von dort zur Brücke. So und jetzt schauen wir, dass wir auf die Brücke kommen. So und jetzt schauen wir, dass wir auf die Brücke kommen. So und jetzt schauen wir, dass wir auf die Brücke kommen. Ah, der geht automatisch auf die, also man muss gar nicht schauen, also man muss wirklich schauen, dass der immer gerade bleibt. Der steigt dann schon automatisch auf die Höhe. Boah, und ich hab's geschafft. So, endlich haben wir's geschafft. Boah, weil ich hab jetzt ein paar erfolglose Versuche hinter mir, also von daher bin ich schon froh, dass es jetzt mal geklappt hat. Äh, ja. Ich, äh, ich, äh, muss schauen, dass Päckchen ist jetzt vielleicht schon. Man muss jetzt irgendwie schauen, dass man hier, ja, irgendwie so raufkommt. Und dann lässt man den aussteigen. Ja, aber er hüpft immer wieder runter, aber ich glaube, ich bin sowieso falsch. Also, ich muss da auch so raufkommt. Um. Also, ich muss da också aufwärtsenstuern. Mhm. Okay. 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 Ich bin jetzt nicht mehr da. Okay. Okay. Here. Okay. 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 Alles. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Nein, scheiße. Puh. Ich glaube, ich komme hier nicht anders rauf. Ich muss auf den Do-Do. Ah, oder hier. Nö. Entschuldigung. Ah. Mal schauen, ob das reicht. Ja. Puh. Das war jetzt ein Kraftakt. Gut. Und dann jetzt noch die restlichen drei Päckchen. Ja, und von der Brücke bewegen wir uns wieder zu Land, ostwärts bis zu den Docks. Äh, dort nehmen wir dann ein Boot und sammeln die letzten Päckchen, gehen im Süden von Portland an Land und bewegen uns nach Norden zu unserem Versteck. Also wir werden später schon nochmal mit dem Do-Do fliegen, aber nur mit dem Gedanken, dass wir ihn abliefern und zwar bei der Import-Export-Garage gerade auf dem Basketballplatz gelandet. Ich brauche jetzt einen fahrbaren Untersatz. Oh, das wäre cool. Ja, genau. Wunderbar. Und die letzten drei Päckchen befinden sich nämlich in der Nähe von Wasser. Und deshalb ist es doch naheliegend, dass wir uns ein Boot schnappen. Ja, aber hier kommen wir nicht hier. Oh, sorry. Ähm, genau, ich glaube hier ist das Boot. Jetzt, ich muss mich mal schauen, ist nicht ein Päckchen bereits schon hier? Nö. 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 Ach komm, nehmen wir das Boot, oder? So, und das nächste Päckchen müsste, hier, ah ja, genau, ich sehe es, Päckchen 99 und da ist jetzt nur noch das eine Päckchen, ähm, ja, genau, wir schauen in diese Richtung auf dieser kleinen Insel, eine Insel, du Pinsel, ich glaube es müsste sogar diese Insel sein, oder? Ich weiss gar nicht, ich glaube schon, ja, da ist das letzte Päckchen, aber ich muss schauen, ich möchte nicht ins Wasser fallen, ja, irgendwie, So, so, du hast sie alle geliefert, hier für dich, Raketenwerfer, wurde er im Versteck, angeliefert, so, puh, Jetzt muss ich schauen, man kommt hier irgendwo wieder rauf, hier gibt es, hier gibt es, ah ja, hier, genau, hier gibt es eine Treppe, Äh, nein, das ist mir zu gefährlich, So, puh, Zurück in Portland, So, und jetzt fahren wir in unser Versteck und dann wird gespeichert und dann starten wir in den nächsten Aufnahmesession mit den Missionen. ... Das war's für heute. So, nun haben wir hier eigentlich alles, was man so haben kann. Ein richtiges Waffenarsenal und ja, haben wir hier eigentlich noch ein Fahrzeug. Ah, super, unser Benji ist auch wieder da. Gut, dann wird jetzt gespeichert. Ja, legen wir uns jetzt ins Körbchen. Tschüss.